hallo und herzlich willkommen zu unserem video heute zeige ich euch meine neuen schuhe die ich geholt habe also diese schuhe heißen airmax und die schuhe kosteten 55 euro ich habe sie natürlich gewählt weil ich die schuhe von aussehen krass fand weil sie bequem sind und weil sie mir am besten gefallen haben von aussehen her ok das war's auch und danke fürs zuschauen